Fertig zu machen. Zack. Boah, ich hab gerade wieder... Frame Drop Zone Ende. Ja doch, da oben hab ich noch was, was weg kann. Was weg kann. So, ich würde sagen... Was ist denn hier unten los? Die Kiste ist komplett voll. Okay. Claylust, Claylust brauche ich nicht. Das brauche ich noch nicht. Das Kuchenmeel brauche ich nicht. Das kann weg. Der kann weg. Solpeter und Gunpowder kommt weg. So. Short R. Super. Das funktioniert noch. Wie schön. Zack, zack, zack. Gut, und das kommt einmal alles weg, denn das brauche ich gerade nicht. Ich bin einfach in zu starkem Druck. Und deshalb muss ich etwas Druck ablassen. An der Produktion von... An der Produktion von Cobblestone. Und... Ja, ich kann ja gar nicht fliegen. Nun gelaufen, gerade. So. Das Ding läuft wieder. Das Ding läuft umso schneller. So. Ne? 21 Stück. Weil ich kann immerhin schon, äh, da das Zeug mit da rein drüben. Das läuft natürlich auch nicht mehr, weil es wieder zu viel ist. Boah, wie viel Scrapkisten man einfach bekommt. Das ist richtig viel. Zack, wieder 37 Stück. Ich glaube, ich müsste bald mal mit den Horten aufführen, denn... Das bringt eindeutig nichts mehr. Und hier oben habe ich auch noch jede Menge Zeug drin, das... Hier ist zu viel. So, gibt mir noch was Rubber. Ich bring da mal ein bisschen Schwung rein. Das ganze Teil. Ich glaube... Nein. Es ist noch immer zu wenig. Hm. Hm. Ich nehme erst mal die über Wattel. Und dann kann ich das aber Brut noch benutzen. Im Extractor, glaube ich, sogar. Zack. Japp. Dann haben wir da noch 40 Stück. Dann kommt da noch ordentlich was raus. So, jetzt kann ich endlich meine schönen... Circuits bauen. So, wir haben nämlich hier die 16. Hier die 32. Und hier... Hallo. haben wir... haben wir... auch die 16. 16 Electronic Circuits. Hier brauchen wir natürlich ordentlich... äh... Gold... Dust. und Lapis Lazuli. Und wir sollten wieder ins Bett gehen. Also, wir brauchen jede Menge. Das ist schon mal sehr stark abzusehen. Redstone. Und nehmen wir mal noch drei, vier Blöcke mit. Wahrscheinlich können wir die sogar gut gebrauchen. Und jetzt brauchen wir die Teile hier. Dann... Zack. Dann... das... und... das... das... So. Glowsporn kann weg. Und Lapis Lazuli kann weg. Und das kann ich... So. Äh, ja. Wir brauchen diese Teile. Das haben wir. Jetzt brauchen wir ein... Oh, wir brauchen Advanced Alloy. Und so weiter. Und... Wir brauchen noch mal drei. Puh. Drei mal sechs sind... Vier... Nein. Achtzehn. Achtzehn sind neun. Kopperteile. Kopperingels. So. Äh. Ja. Das haben wir dabei. Das ist schon mal schön. Zack. Und jetzt noch. Zack. Jetzt haben wir achtzehn davon. Hier mit dem Bars. Nein. Ich tue es lieber hier rein. Das kann ich denn da noch reintun. Eigentlich ist es mir. So. Was haben wir denn da? So. Eisen. Zack. Ich brauche drei Eisen. Zack. So. So. Jetzt fahren wir noch ein bisschen Redstone. Gut. Ich glaube, es muss verarschen. So. Ja. Fünf. 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 So. Redstone. So. Redstone. Ach, da. Und meine drei Electronic Circuits. Jetzt brauche ich allerdings noch Marschopfer. Und schon ist fast das ganze Kupfer wieder weg. Zwei Stück brauche ich. Na. Her damit. So, und die muss ich jetzt noch mal ummanteln. Für nämlich den Transmitter. Oh. Den kann man natürlich nicht stacken. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Glas. Wir brauchen sechs Glasfiber-Cables. Das bedeutet Ah, und Silberdust. Gut. Oder sechs. Ja. Sechs Glasfiber-Cables. Ja. Ja. Die kann ich theoretisch glaube ich sogar machen. Theoretisch glaube ich gut. Komm weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Schneller. Das wird immer nur zu einem. Das wird immer nur zu einem. Das wird immer nur zu einem. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach machen. Das kann ich denn noch. Sehr. Das muss noch sehr sicher weg. Ab nach unten. So, ganz schnell nach unten. Ich möchte noch dringend fackeln. Hab ich auch noch. Ach, niemals den Waterbucket weg machen. Niemals. Wenn ihr die letzte Folge zu Ende geguckt habt, dann wisst ihr warum. Es ist der Horror ohne Waterbucket. Und ich wäre fast gestorben. Aber nicht vor Angst. Ja, ich mach einfach zwei, drei. So. Und geh dann hier weiter. Silberohr, Iron, wie viel es hier einfach nur gibt. Okay, erstmal umsortieren. So, und weiterlaufen. Auf dem Rückweg. Irgendwann hol ich mir das mal. Irgendwann brauche ich das und hol ich mir das hier raus. Ich weiß, wie viel es hier drinnen gibt. Na? Ach, Solpeter. Scheiße, Solpeter. Scheiße. Es ist genauso wie Redstone. Es ist fast gar nicht nützlich. Ich mesuressthleisch. Scheiße. oku-five-chi-chi-chi-chi-chi-chiér. aber ich bin so mies. Aber du Localf. dün representa.